So, jetzt kommt der dritte Schritt. Also das nimmt jetzt das zusammen, dass nämlich die den Menschen zugängliche Realität, also jedem von uns zugängliche Realität, das nennt Kant die Erscheinungen, die sind daher durch menschliche Anschauungsformen und Kategorien geprägt. Weil die uns zugängliche Realität eine Realität ist, die wir anschauen, hier wird dem Juhm recht gegeben, wir haben keine Möglichkeit, die Realität nur durch reines Denken zu erfassen, sondern wir kommen an die Realität nur dran, indem wir sie anschauen. In dem Moment, wo wir sie aber anschauen und dann das, was wir angeschaut haben, in Urteilen formulieren, also beschreiben in irgendwelchen Sätzen, in dem Moment prägen wir dem eben die Formen der Anschauung auf und die Formen des Urteils. Da tragen wir das in die Phänomene, in die artikulierten Phänomene herein. Die menschlichen, also die dem Menschen zugängliche Realität, ist daher eben durch menschliche Anschauungsformen und die Kategorien geprägt. Kategorien ist nochmal nur ein anderes Wort, wir Formen des Urteils. Und Formen des Urteils kann man grob sagen, das sind die Formen des Denkens. Also es geht um Denken und Anschauen und das hat Formen und die werden einfach reingetragen. Und jetzt kann man sagen, worin diese Transformation der Metaphysik ist und man kann, je nachdem aus welchem Gesichtspunkt man das anschaut, ist diese Transformation also eine fast Todeserklärung, also fast eine Exekution der traditionellen Metaphysik. Man kann aber sagen, ja, das ist eine Transformation, in dem nämlich gesagt wird, dass die Metaphysik es sich abschminken soll, etwas leger gesagt, auf das Ding an sich zu gehen, also auf die absolute Realität zu gehen, sondern die Metaphysik kann nur eine Chance haben, wenn sie auf die Erscheinungen geht. Also auf gehen heißt hier, also auf die Erscheinungen gehen, wenn sie zum Ziel hat, die Erscheinungen zu erkennen. Also die Metaphysik wird natürlich ganz seriös hier amputiert. Wenn man den Rationalisten gesagt hätte, also euer Unternehmen funktioniert nicht, aber ihr kriegt einen Ersatz dafür, nämlich ihr kriegt eine Metaphysik der Erscheinungen, dann hätten die gesagt, nein, danke. Denn der Witz der Sache der Metaphysik war ja, dass man auf die absolute Realität losgeht. Und wenn jemand sagt, ja, das gibt es nicht, kriegst du aber was anderes, das ist auch toll. Ne, 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 also hier, das nur mit den Erscheinungen, sorry, damit lasse ich mich nicht abspeisen. Also das ist nichts. Also wenn du das dann bemänkelst als eine Transformation der Metaphysik, das ist so, wenn eine Uni irgendwie kaputtgespart wird und dann wird gesagt, das ist ein Uni-Optimierungsplan. Ja, das ist halt wirklich ähnlich. Also da gibt es ja manchmal auch Rhetorik von den Ministerien, die müssen meinen, wir sind alle hier bescheuert auf der Uni. Also, hier ist das also in einem positiven Sinn gemeint, wie auch bei den Ministerien. Und gemeint ist hier, dass das, wir kriegen was Positives nachher raus. Also es ist nicht nur so, dass man jetzt sozusagen alles hergeben muss und sagt, so, jetzt haben wir Metaphysik der Erscheinungen, sehr witzig. Ja, aber dafür kriegt man eine Metaphysik, die eben was kann und die was Neues kann, was der Empirismus nicht kann. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich sagen, wie das geht. Also, das ist natürlich eine extrem bittere Pille, die hier zu schlucken ist. Es wird nämlich gesagt, die Welt, wie sie an sich ist, die ist für uns nicht zugänglich. Da kommen wir nicht dran. Das muss man eins und allemal vergessen. Das ist natürlich ein enormer Schnitt, der hier gemacht wird. Wenn man anschaut von der antiken Tradition her, dann über den Rationalismus. Die Empiristen, die waren natürlich immer schon so, da müsst ihr vorsichtig sein, da ist nicht so viel zu holen. Aber jetzt kommt hier ein Schnitt, der sozusagen dort sagt, also hier auch ihr Rationalisten, ihr müsst das auch anerkennen, mit dieser absoluten Realität, da ist nichts zu holen. Das geht nicht. Das lassen sich Philosophen auch nicht auf Dauer gefallen, werden wir dann sehen in der vierten Phase. Das ist also schon eine extrem bittere Pille, die kann man also nur zum Teil schön reden. Es wird einfach fundamental was aufgegeben. Das ist so. Also, die Metaphysik kann, das müssen wir dann noch sehen, wie sie das macht, wenn sie sagt, ja, also mit dem Ding an sich ist nichts, aber wenigstens mit den Erscheinungen. Da werden wir mal schauen, ob die Metaphysik bezüglich dieser Erscheinungen irgendwas leisten kann. Und das ist jetzt sozusagen die, was soll ich sagen, das Schokoladestückchen, das man jetzt bekommt, nachdem man den ganz großen Kuchen weggenommen hat, kriegen wir jetzt ein kleines Stückchen Schokolade. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Das ist jetzt das Argument, wieso es dennoch eine metaphysische Behandlung, eine metaphysische Beschäftigung mit den Erscheinungen geben kann und man nicht sozusagen die alle Erkenntnisse der Erscheinungen den Wissenschaften, den empirischen Wissenschaften zugibt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja nur die empirischen Wissenschaften können was über die Erscheinungen sagen. Nein, Kant sagt jetzt, so wie ich die Erscheinungen hier euch beschrieben habe, gibt es eben die Möglichkeit einer Metaphysik der Erscheinungen, also einer metaphysischen, rationalen Erkenntnis der Erscheinungen. Das ist jetzt der Witz. Da würden jetzt die Empiristen natürlich, die drehen sich im Grabe um und sagen, was? Erscheinung, das ist doch das, was über die Sinne kommt. Wie willst du denn das rational? Das geht ja überhaupt nicht zusammen. Das ist ja ein absolutes Unding. Und das ist jetzt der Witz, der Sache, wie Kant das eben gemacht hat, dass er sagt, die uns zugängliche Realität, das ist eben, wie Sie oben sehen, die Erscheinungen, die durch geprägt sind, durch die Anschauungsformen und Formen des Denkens, die sind durch diese geprägt und deswegen kann man einiges über sie a priori wissen. Also, weil ich von vornherein weiß, bevor die erste Erscheinung sozusagen daher zu marschieren kommt, weiß ich, du bist geprägt von meinen Anschauungsformen und meinen Denkformen und deswegen weiß ich was über dich, bevor ich dich überhaupt angeschaut habe. Bevor ich dich inhaltlich zur Kenntnis nehme, weiß ich bereits, was mit dir los ist. Du wirst nämlich geprägt sein durch die Anschauungsformen und durch die Denkformen. Denn alle Erscheinungen sind durch die Anschauungs- und Denkformen geprägt. Das heißt, ich kann über alle Erscheinungen bereits einige allgemeine Dinge sagen, nämlich genau diejenigen Dinge, die daher rühren, dass alle Erscheinungen durch die Denkformen und Anschauungsformen geprägt sind. Da muss ich keine einzelne anschauen. Und sobald ich das weiß, jetzt sind alle geprägt, so wie Sie sagen können, beispielsweise denke ich, dass alles, was Sie anschauen, eine Farbe haben wird. Jeder neue Gegenstand, also jemand, Ihre beste Freundin, sagt Ihnen, dann sagt Ihnen das nicht, die twittert es Ihnen oder sagt es auf Facebook, schreibt es auf Facebook, ich habe jetzt die neuen grünen Pullover endlich gekauft. Nein, ich habe mir die neuen Pullover gekauft und dann fragen Sie zurück, welche Farbe. Sie fragen nicht zurück, hat er eine Farbe und zweitens, welche gegebenenfalls. Sie wissen, dass der eine Farbe hat. Sie müssen ihn nicht gesehen haben. Sie wissen, alle Gegenstände haben eine Farbe. Wir sind so organisiert, dass alles, was wir uns anschauen, eine Farbe hat. Das geht nicht anders irgendwie. Also, und hier ist das dann viel strenger. Ich kann eben einiges über alle Erscheinungen sagen, eben genau deswegen, weil in den Erscheinungen eben was drinsteckt, was wir reingeschoben haben, was wir dort reingetragen haben. Und deswegen muss ich nicht die einzelnen Erscheinungen sozusagen abklappern daraufhin, ob ich das finde, sondern das weiß ich von vornherein, ohne sie angeschaut zu haben, wenn es tatsächlich so ist, wie Kant das annimmt, dass die Erscheinungen eben mit konstituiert werden, gebildet werden, dadurch, dass wir Anschauungsformen und Denkformen in sie hereintragen. So, und dazu gehört dann, mit diesen beiden Beispielen, die ich genannt habe, ihre Raumzeitlichkeit und das Bestehen von Kausalität. Also Kant meint, dass man Kausalität a priori tatsächlich behaupten kann, dass alle Erscheinungen der Kausalität unterliegen, und zwar deswegen, weil es eben sozusagen zu den Konstruktionsprinzipien von Erscheinungen gehört, dass Kausalität in sie eingebaut ist. Und deswegen zeigen sie es ja auch wieder. Dazu muss ich nicht die Erscheinungen sozusagen einzeln durchgehen, sondern ich muss einfach dieses Ding hier verstehen, dass die Erscheinungen grundsätzlich eben mit beeinflusst sind durch die Anschauungsformen und die Denkformen, und zu den Denkformen gehört die Kausalität, und deswegen zeigen alle Erscheinungen notwendigerweise Kausalität. Also, das ist jetzt bereits der sechste Punkt. Insbesondere kann also die Notwendigkeit in der Kausalverknüpfung, das war ja das große Thema von Hume, wo er versucht hat zu zeigen, dass der Rationalismus prinzipiell nicht funktionieren kann, dass man einfach an diese Kausalität nicht drankommt, empirisch. Da sagt er Kant, ja, ja, das ist ganz gut, aber es ist eben so, ich kann die Notwendigkeit in der Kausalverknüpfung erkennen, die man niemals empirisch sehen kann, Notwendigkeit können Sie nicht beobachten, sondern die müssen sich irgendwie dazu dichten oder was, und Kant sagt aber, die kann ich erkennen, weil sie von uns in die Phänomene reingetragen werden. Weil wir alle Phänomene so sozusagen zurichten, so wie wir die Sonne zurichten, weil wir auf der Erde sind, dass die sich bewegt, so richten wir alle Phänomene zu, durch unsere speziellen Weise, wie wir anschauen und denken, dass notwendigerweise alle Phänomene von der Kausalität beherrscht werden. Und deswegen findet man sie überall. Es ist aber völlig witzlos, sie empirisch zu suchen und zu sagen, ach, haben wir hier Kausalität und hier und dort? Nein, du musst nachdenken und dann stellst du fest, aha, in die Phänomene haben wir die Kausalität reingetragen und deswegen können wir auch die Kausalität mit ihrer Notwendigkeit, die ist bei Kant mit dabei als Denkform, finden wir die in den Phänomenen und deswegen können wir eine metaphysische Erkenntnis a priori über Phänomene machen, zum Beispiel, alles ist kausal miteinander verknüpft. Das können wir a priori sagen. Warum? Weil wir es reingetragen haben, weil die Phänomene so gebaut sind, von uns oder so zugerichtet sind, aufgrund dessen, dass wir Menschen sind mit Anschauungsvermögen und Verstand, Denkvermögen, dass die Phänomene notwendigerweise diese Aspekte aufweisen. So, und das ist die Story, wie der Kant sich das vorstellt. Ob Sie die Story glauben, ist eine völlig andere Frage. Ich habe Ihnen jetzt auch wenig Argumente gegeben, ich wollte Ihnen ja nur zeigen, wie man gedanklich sich dieses Zusammenführen von Rationalismus und Empirismus denken soll, das ist eben eine Transformation, Sie nehmen zunächst die Metaphysik aus dem Schussfeld, Sie akzeptieren die empiristischen Argumente, und fragen sich, wie kann ich jetzt die Metaphysik, und das bedeutet, ein apriorisches Denken über Realität, wie kann ich das mir so zuschnitzen, dass die empiristischen Gegenargumente sozusagen dran vorbeizielen. Und das mache ich eben so, sage ich, jawohl, es gibt ein apriorisches Denken über Realität, hier kommt der Empirismus, und jetzt ziehe ich das hier rüber, indem ich sage, ja, aber wir untersuchen die Erscheinung, nicht die absolute Realität, und dann macht der Empirismus, schießt einfach dran vorbei. Und jetzt sage ich hier, weil die Phänomene mitkonstituiert sind, durch die Anschauungsformen und durch die Denkformen, genau darum finde ich diese Elemente in allen Phänomenen, und zwar notwendigerweise, und deswegen kann ich ohne Empirie, ohne Sinneserfahrung, durch reines Denken herausfinden, bestimmte Eigenschaften aller Phänomene. Das heißt, ich kann eine Metaphysik machen, die geht jetzt halt nur noch auf die Phänomene, nicht mehr auf das Ding an sich, aber es ist eine vollwertige Metaphysik in dem Sinne, als sie a priori ist, und sozusagen die Auslieferungsbegehren an die empirischen Wissenschaften abgewiesen werden können. Sondern das ist autonom, ein autonomes Gebiet der Metaphysik, natürlich eine massive Transformation, mit dem für, kommt jetzt auf den Standpunkt an, Rationalisten, extrem hohen Preis, dass der Anspruch, die Realität so zu erkennen, wie sie menschenunabhängig ist, aufgegeben wird. Und zwar radikal. Es gibt keine Erkenntnis einer absolut menschenunabhängigen Realität. Unmöglich, sagt Kant. Das ist natürlich eine ziemlich skeptische Sache und schlägt natürlich der Metaphysikgeschichte davor ins Gesicht. Und wir werden dann sehen, dass später die Leute sich das auch nicht gefallen lassen wollten.